Wir begrüßen total recht herzlich den Erdogan, denn er hat gerade was zu sagen. Hallo, die Cobra 11 Black Friday Woche beginnt. Vom 22. bis 29. November gibt es auf alle Cobra 11 Produkte 15%. Einfach bei Amazon.de in der Suchmaschine Cobra 11 eingeben oder swipen und einkaufen. Ja, er hat da was gesagt. Und zwar hat er gesagt, Hoodies, Hoodies, T-Shirts. Und wir drei sagen Hoodie, Hoodie, T-Shirt auch. Im Moment sogar 15% Rabatt, aber nur jetzt im Moment zu Weihnachten. Jetzt haben wir keine Zippelmünzen auch. Denkt dran, das war eine weihnachtliche Ansage. Die anderen Kosten, ach so toll, ich schaue es euch an. Wir empfehlen die jetzt zum allerletzten Mal, weil die wirklich gut sind. Sie sind warm, pflegeleicht beim Waschen. Wie gesagt, den habe ich sehr oft schon gewaschen. Wie gesagt, wir können damit leider nicht im Green Moon arbeiten, sonst habe ich immer so ein Riesenloch. Ich weiß nicht, was ich da rein stopfen soll. Nein, nein, deswegen. So, wie gesagt, hier schaut er mal. Sie geht eben zur Seite und schauen wir hier an. Der wird nicht weglaufen. Rein hier ins Bild. Ja. Wir begrüßen jetzt total richtig herzlich. Ich erde da mit Familie. Dankeschön, dass es euch gibt. Dankeschön, dass ihr sowas ausgedacht habt im Jahr 2018. Wir tragen das unheimlich gern. Nicht nur wir, schätzungsweise viele andere auch. Und noch einmal, wir sind in der weihnachtlichen Zeit. Das bedeutet, Weihnachten ist nicht nur Weinen in der Nacht. Heiligabend, viele heulen sich da einen weg. Nimm lieber eine DVD und guck dir einen tollen Film, nämlich Erdogan. So, und wie gesagt, Erdogan, tolle Sachen. Nils auch und, das meine ich jetzt, warum nicht. Das ist ein tolles Geschenk zu Weihnachten, finde ich. Ja. Wirklich, der Winter kommt. Neue Monate könnt ihr tragen. Danach könnt ihr umsteigen auf die ärmellosen T-Shirts mit dem Autoreifen. Die gibt es nämlich auch von ihm, ne? Mit dem Autoreifen natürlich. Ihr müsst nicht immer... Und die, was ich toll finde, ist natürlich hier die Cobra. Zipp-Pullis. Die Zipp-Pullis. Da ist leider nicht. Wir warten natürlich auf das fette Cobra. Erdogan, fettes Cobra. Ja. Vielleicht kannst du für uns drei da mal, für Eroir, wir bezahlen das ja auch. Wir wollen ja gar nichts geschenkt haben, ne? Ist klar. Okay. Wir danken uns total und recht herzlich bei Erdogan, Atelay, für seine tolle Idee. Und Dankeschön für fast 24 Jahre Cobra 11. Ist so. Dankeschön. Hallo. Die Cobra 11 Black Friday Woche beginnt. Vom 22. bis 29. November gibt es auf alle Cobra 11 Produkte 15%. Einfach bei Amazon.de in der Suchmaschine Cobra 11 eingeben oder swipen und einkaufen.